Nachdem letzte Woche Apple ihre neuen Produkte vorgestellt hat, Amazon am Anfang dieser Woche dran war, hat nun gestern am Abend endlich Microsoft alle neuen Produkte für das kommende Jahr veröffentlicht. Neben einigen Dingen, die wir bereits erwartet haben, wie zum Beispiel das neue Lineup der Surface Laptops oder Updates im Bereich Windows, gab es nun endlich mehr Informationen zur künstlichen Intelligenz, also dem Co-Piloten in Windows und Office. In diesem Video möchte ich zusammenfassen, was Microsoft über diesen neuen Co-Piloten gesagt hat, wie viel er kosten wird und wann er letztendlich veröffentlicht wird. Alle Daten, die sich bis dahin ändern, werde ich ebenfalls auf diesem Kanal befassen. Falls du also nichts zu Microsoft und dem Co-Piloten verpassen möchtest, abonniere am besten jetzt diesen Kanal. Microsoft hat erwähnt, dass sie den Co-Piloten am 1. November 2023 veröffentlichen wollen. Ob das Ganze in Amerika oder auf der ganzen Welt ist, war noch unklar, du bekommst dir aber alle neuen Informationen. Wie hat jetzt also Microsoft geplant, den Co-Piloten in Windows oder Office zu integrieren? Microsoft hat es in drei Stufen geplant. Zum ersten einmal Grundsätzliches. Der Co-Pilot für Microsoft 365 soll als Assistent für alle Lebensbereiche gelten. Dafür möchte Microsoft den Co-Piloten unter Windows in der Taskleiste direkt integrieren oder mit einer Tastenkombination Windows C verfügbar machen. Dann öffnet sich auf der rechten Seite ein großer Balken. Hier drinnen ist im Grunde der Bing Chat, der als großes Sprachmodell den Nutzer kompletten Zugang zum Internet, aber auch zu Funktionen auf dem PC ermöglichen soll. Microsoft Co-Pilot soll in drei Varianten integriert sein. Zum einen mal die Grundvariante, sage ich jetzt mal. Hier haben wir den Co-Piloten direkt in Microsoft integriert. Im Grunde ist das so ähnlich wie jetzt der Bing Chat, außer dass es eben direkt in Windows integriert ist. Zusätzlich ist der Co-Pilot auch noch auf Bing integriert, indem er entweder in seinem Sprachmodell arbeiten kann oder Zugriff auf das Internet hat. Zum zweiten hat Microsoft noch den Bing Chat Enterprise angekündigt. Im Grunde ist das Microsoft Co-Pilot allerdings mit kommerziellen Datenschutz eingebaut. Das bedeutet, dass Microsoft keinen direkten Zugriff auf die Daten der Nutzer hat und er benutzt die Daten, die du in diesem Chat benutzt, auch nicht zum Trainieren der weiteren Sprachmodelle. Alle Daten, die du also reinschreibst, bleiben nur bei dir und werden sich nicht verändern. Für diesen Spaß möchte Microsoft allerdings 5 Dollar, ich schätze mal bei uns 5 Euro, pro Person bzw Nutzer pro Monat haben. Allerdings haben sie auch gesagt, dass es direkt in der Business Variante von Microsoft 365 integriert sein wird. Die größte Änderung ist dann allerdings bei Microsoft 365 Co-Pilot. Der hat nämlich wirklich alles drin, was sie aktuell anbieten. Zum einen ist es natürlich der Co-Pilot, der Bing Chat und der Datenschutz. Neben erweiterten Sicherheitsfeatures haben wir hier allerdings die direkte Integration mit Microsoft 365 Apps. Das bedeutet, dass du mit diesem Chatbot direkt in Word, Excel, PowerPoint und anderen Microsoft Produkten arbeiten kannst. In der Vorstellung waren natürlich Beispiele wie zum Beispiel Paragrafen schreiben in E-Mails oder direkt in Word zu sehen. Wie das Ganze in Excel oder in PowerPoint integriert werden könnte, das wird noch offen bleiben. Wenn es also nach Microsoft geht, möchten sie, dass du den Tag mit Co-Pilot startest, der dir deine Termine vorgibt. Danach arbeitest du in Word, PowerPoint, Outlook oder Excel und nimmst ihn immer mal wieder zur Hilfe, wenn du eine Frage hast oder wo nicht weiter weißt. Am Ende des Tages wird er dir vielleicht zusammenfassen, was du heute alles erledigt hast und was du morgen alles machen musst. Co-Pilot kann dir natürlich Zusammenfassungen per E-Mail schreiben oder dir direkt im Chat sagen, was deine nächste Aufgabe ist. Für diesen Spaß möchte Microsoft zusätzlich 30 Dollar, also ich schätze mal 30 Euro pro Nutzer, pro Monat dazu haben. Ist also auf jeden Fall nicht für jede Person direkt am Anfang erschwinglich. Außerdem hat Microsoft ein sogenanntes Co-Pilot Lab angekündigt. Das ist quasi ein Trainingszentrum. Dort kannst du einfach deinen Nutzer reinschicken und sie lernen dort direkt, was eigentlich überhaupt mit Co-Pilot möglich ist, wo es eingesetzt werden kann und sie können dort nicht wirklich was falsch machen. Das heißt zuerst in das Trainingszentrum rein, dort können sie Dinge ausprobieren und dann wirklich in die echte Arbeit rein starten. Wie gesagt, es gibt ein neues Branding, das beinhaltet ein neues Logo. Es soll direkt in der Taskleiste integriert sein. Außerdem soll dein Logo jeweils in den Windows-Apps verfügbar sein, wenn du die teure Variante, also Microsoft 365 Co-Pilot hast. Das war im Grunde alles, was Microsoft zu Co-Pilot gestern am Abend in ihrer ersten Konferenz gesagt hat. In den nächsten Wochen werden bestimmt neue Informationen rauskommen. Falls du also das nicht verpassen möchtest, abonniere am besten jetzt den Kanal. Es ist kostenlos und du kannst deine Meinung jederzeit ändern. Wenn Testversionen oder die Vollversion von Co-Pilot rauskommt, werde ich mir das Ganze natürlich selbst anschauen und ich werde dir Dinge zeigen, die so vielleicht in Co-Pilot nicht so offensichtlich sind. Es freut mich, dass du dieses News-Update angeschaut hast. Bitte schreib mir unten in die Kommentare, ob dir solche News-Updates gefallen. Ich dachte mir, in dem Fall ist es auf jeden Fall relevant. Solche Art von Videos mache ich ja eigentlich sonst nicht. Es freut mich, dass du bis zum Ende zugeschaut hast. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!